Hey Internet und YouTube, the last of us. Wir sind vom Rathaus und warum bin ich der Einzige, der hier ein ganz mieses Gefühl bei der Sache hat? Nein. Nein, nein! Und was machen wir jetzt? Was machst du da, Tess? Oh Gott. Vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Zeit. Wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess! Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich werde... Ich gehe nirgendwohin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an! Oh nein, scheiße! Sie ist infiziert. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh Gott! Ups, was? Zeig mir deinen Arm. Das ist drei Wochen alt! Mein Biss ist eine Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihr Verständnis. Nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Sie sind hier. Ich verschaff euch Zeit. Aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall... Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Oh, ich kann kämpfen. Nein! Geh einfach! Geh doch endlich! Ellie. Tut mir leid, ich... Ich wollte das nicht. Los, beweg dich! Wir wissen, dass ihr da drin seid. Waffen weg und kommt mit erhobenen Händen raus! Oh, verdammt! Wie konnten wir das nur tun? Stopp! Ohne uns stirbt sie da. Stopp! Du bleibst dicht bei mir. Wir müssen weg. Oh, Mann. Oh, ich kann endlich sprinten! Tess hat uns nur aufgehalten. Könnte ich ja vorher. Nicht immer. Wir gehen hoch. Da kommt man vermutlich raus. Oh, ich hätte auf der anderen Seite hoch müssen, oder was? Jetzt lauf einfach weiter. Oh, shit. Oh, shit. Oh, no! Oh, mein Gott. Tess! So eine Scheibenkleister. Sie werden bald hier sein. Wieso wissen Sie, dass hier noch mindestens zwei sein müssen? Woher? Habe ich jetzt nicht genügend Zeit, um mich umzusehen? Das ist also die schlechteste Idee. Die Pillen müssen schon noch sein. Wer weiß, was ich noch übersehen habe. Komm. Oh, sieh mal an, was hier ist. Das ist meins, Ellie. Ich hab's gefunden. Dem Finder gehört's. Sorry. Jagdgewehr. Sexy. Sechs Schuss. Und ich werde damit keinen einzigen treffen. Oh, shit. Was machen wir? Joel? Ich hab es. Okay, ich kann die zwei schnell wechseln. Ich weiß nicht, was sollen wir machen. Ich hab keine Chance. Ich kann nicht zielen. Ich bin zu blöd. Ellie? Kannst du zielen? Komischerweise sieht er mich trotzdem nicht, aber gut. Oh, wie viel sind denn hier? Oh, wie viel sind denn hier? Zu viele. Ah, links ist auch noch einer. Ach, Jesus. Ich glaube, schleichen und töten wird hier nicht der Fall sein, oder? Wo zur Hölle steckst du, du Stück Scheiße? Hat er gerade Scheiße gesagt? Kann ich aus dem Hinterhalt? Hat funktioniert. Du sagst nie mehr das Stück. Kein Problem, ich bin Profi. Aber hier links war da auch einer, right? Oh, wop, 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 Absolut, war das ein, war das ein, oh shit, das ist der nächste, war das ein Kompliment? Lass uns mal hier rein, immer die Augen offen halten, nach Dreiecken, oh shit, wow, oh verdammt, 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 wieso, ach so, wieso, ach so, alright, ist hier jetzt noch einer, oder habe ich jetzt tatsächlich alle, ich glaube das war es, oder, hier ist voll, das sind nur Flaschen, ich glaube ich sollte es nicht übertreiben, lieber, lieber aufpassen jetzt, hm, ich sehe niemanden, was natürlich nichts bedeutet, niemanden sehen bedeutet nicht, was habe ich denn noch, Heiltempo, Minikits schneller einsetzen, hm, ich glaube ich warte auf maximale Gesundheit trotzdem, irgendwie sieht doch gut aus, kein Dreieck, nicht dass es mir bewusst wäre zumindest ist, man kann nie genügend Strecke haben, nicht wahr? Was machen wir, Joel, wie kommen wir hier raus? Okay, wir müssen durch den Gang, Deckung, ich weiß nicht wie viele es sind, zu viele, jeder einzelne ist zu viel, einer ist schon zu viel Okay, da sind zwei, das ist nicht gut, oder? Oh, er ist alleine, er ist alleine, er ist alleine Oh, fuck, fuck, fuck Shit Ey, geht aus, boh! Ähm, was wollte ich? Was war das? Das weiß ich nicht, ne Ablenkungsmanöver vielleicht? Oh, shit! Wie getroffen, du Mies! Scheiße! Oh, Mann! Der war gut, hm? Der war gut mit Anlauf! Hat sich was mit Schleichen gerade, aber hey. Hast du dich da hinten versteckt? Oh man, wie viele sind denn noch? Damit hätte ich nicht gerechnet, dass der eine mich jetzt gesehen hat. Das war... Ich mag die Regale spüren. Shit! Keine Panik, das war ich. Keine Panik, Ellie. Oh, da hinten liegt noch was. Oh man, kann ich ein Medikit machen? Jeez Christ. Okay, so weit, so gut. So weit, so gut, okay? Wir sind noch am Leben. Oh, warte, kann ich hier rechts? Shit, hier wäre ein bisschen Gesundheit gewesen. Na, ist ja wieder typisch! Oh, die Deppen müssen hier zusammenstehen, richtig? Bäum 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 biur. Ich befürchte, das wird jetzt mit dem Messer, ging es schneller, oder? Vielleicht hätte ich den anderen auch mit dem Messer. Warte mal, du kommst hier. Der andere dreht sich aber gerade weg, oder? Das könnte jetzt funktionieren, oder? Shit, ne, 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 ne. Sorry. Ich morse dir meinen Plan, Ellie. Der andere ging wahrscheinlich vorbei und ich habe zu viel Zeit verbraucht. Wo ist diese Harte? Das schätze ich jetzt mal. Oh, das war eng. Keine Panik. Keine Panik. Ich bin auch mal am Überlegen. Du gehst hier rüber. Oh, wir gehen hier rüber. Mal sehen, ob hier noch irgendwo was Interessantes liegt. Wo ist dieser Warte? Wo ist dieser Warte? Ich weiß, was murdered. Du- 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 Das mich an die Vandrelli! Oh, scheiße. Shut up. Shut up. Ich möchte nämlich nicht Munition verschwinden. Irgendwie sehe ich hier kein Licht. Okay. Gut. Was ist, wenn wir einfach rausgehen, Ellie? Joel, da ist der Ausgang. Exakt. Ohne jemanden umzubringen. Oh, warte, 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 warte. Okay, hat sich erledigt, hat sich erledigt. Ihr wollt ja einfach nur raus. Dein Helm weggeschossen. Zwei Schuss und du lebst noch immer. Könnte ich ja das kotzen. Du, meine Munition. Shit, shit. Shit. Oh, scheiße. Ja, du sagst es. Meine Güte. Meine Güte mit der Zielerei, du. Ich wäre schon zehnmal tot gewesen. Oh, Halleluja. Ein Snack hier. Messer verbraucht. Die ganze Schleichereifen. Popo. Mama mia. Mama mia. Hast du noch irgendwo was gefunden, Ellie? Ach, lass uns einfach hier rausgehen. Da ist eine Treppe. Bleib unten. Nur ich nicht. Ich schleiche nicht mehr. Schnauze voll hier. Ja, genau. Wer will in den Untergrund? Niemand. Wer in den Untergrund möchte, bitte in den Hoch. Wer in den Untergrund ist ein Soldat. Stellung halten. Verstanden. Stellung halten. Verstanden. Verstanden. Stellung halten. Oh, wir sehen bei mir das gleiche Problem. Okay. Du wählst also die harte Tour. Nun, eigentlich wollte ich nicht die harte Tour. Ich habe mich dazu gezwungen. Messer. Sie sind nicht hier. Ellie, komm auf die andere Seite. Ellie, komm auf die andere Seite. Was Mist. Habe ich hier... Kondition. Drei Schuss. Ist jetzt nicht das Beste. Aber wenn ich hier noch was blinken sehe, dann nehme ich es mir. Hier ist doch irgendwas heller. Na super. Wurde verarscht, Ellie. Bin ich gerade den... Ich bin nicht. Aha. Wenn du es blinken siehst, bitte schrei. Halt dich einfach an mir fest. Oh, Mann. So, warte einen Augenblick. Ich schaue, ob ich irgendwas finde. Nein. Noch die Luftanzeige. Ich bin sowas von tot. Ich muss dann wieder zurück zu dir. Du bleibst doch hier stehen, oder? Du wirst doch nicht versuchen zu schwimmen. Okay, definitiv. Okay. Okay, 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 okay. Ich musste da unten durch und dann wieder irgendwas anders machen. Ellie. Nein, das wäre jetzt so einfach gewesen. Wenn du... Wie kommst du denn hierher? Ach, du kannst hier entlang gehen. Ach so. Warum gehe ich nicht auch hier entlang? Warte, 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 warte. Hier unten. So, lass dir nur Zeit. Lass dir nur Zeit. Lass dir nur Zeit. Warum schwimmst du nicht? Ellie? Mir geht's gut. Super. Warum gehe ich nicht auch dort entlang? Ich verstehe es nicht. Warum muss ich hier das machen? Oh, eine Leiche. Sehr gut. Das bedeutet, hier gibt's irgendwas zum holen. Eine Schmuggler-Notiz. Excellent. Frank, er ist draußen. Sie geht noch. Ich gebe ihm noch eine Viertelstunde, dann gehe ich zurück. All right. Hast du jetzt auch eine Taschenlampe, oder wie? Excellent. Wir haben beide Licht. Wo geht's hier lang? Du lässt mich doch nicht hier, oder? Hier ist ein garmer Geheimraum, Ellie. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Habe ich aufgehoben? Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck Wasser. Habe ich noch was übersehen? Wahrscheinlich. Ist da unten was? Eine Sackgasse. Hm, hier auf der anderen Seite drüber. Okay. Ich habe nicht mehr blinken sehen, okay? Nein, doch. Was soll ich machen? Eine Leiter. Vielleicht geht es damit. Ja, ich würde sie gerne benutzen, die Leiter. Keine, kein Thema. Ja. Ich muss nur hier rauf. Aha. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Halle? Halle? Steig drauf. Wirklich? Halle. Okay. 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 Ich bin doch stark genug, dass ich mich einfach rüber ziehe. Muss ich auch noch diese... Oh, rüber manövrieren. Mit die Leiter. Wo war das Ding? Kannst du dich hier rauf? Halleluja. Halleluja. Dann nehmen wir jetzt diese blöde Leiter. Ellie. Danke. Ellie, danke. Ich hab sie. We did it. We did it. Ah, das ist kein gutes Zeichen, oder? Ich schätze mal, das ist kein gutes Zeichen. Wir gehen weiter. Okay, nichts wie raus hier. Absolut. Ich kann schon kein Grün mehr sehen. Pflanzengrün. Okay. Aber nicht mehr dieses Grün. Oh. Oh Mann, dieses Thumbnail hatte ich doch schon verwendet. Hey, also... Wegen Tess... Ich weiß nicht mal, was... Okay, ich sag dir mal, wie's abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemandem von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Wow. Was? Nichts, ich hab... Ich hab nur sowas noch nie gesehen. Deshalb. Etwa den Wald? Ja. Im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.